Let's play some games, weil Zocken geil ist. Und Alin von Gozu und ich spiele ja bei beiden Bands und Alin hat sich für unser Best-of-Seven-Couch-Gaming-Wissler-Unterstützung geholt. Wir spielen nämlich Super Mario Double Dash und mal schauen, wer denn hier jetzt gleich siegreich von der Strecke geht. Wahrscheinlich ich. Jetzt geht's los. Jawohl. Kickstab my heart. Und jetzt Speed. Achtung. Keine Chance für Alin. Oh, oh, oh. Gute Werte. Oh, voll. Nee, 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 nee. Oh, und jetzt alles von mir wegklauen. Ja, ich bin ich alles wegnehmen. Oh, ich will sie alles wegnehmen, ey, ich will sie alles wegnehmen. Oh, ich will sie alles wegnehmen. Ja, 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 ja. Ändern wir gleich. Hier kommt schon der rote Schildkröte-Panzer. Scheiße. Oh, den haben wir nicht. Woops. 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Ah! Oh, toll! Fuck! Fuck! I'm- Oh! Yeah. No, 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 no. Oops. Whoops! Oh! Hey! Not toy. Das war's! Jaaa! Ha-ha-ha-ha! Und da vorne ist erleden, jetzt... Nein, bitte, bitte, bitte! Wie Kampfpanzer. Nein, nein! Ah, das war ich, ja. What the fuck? Nur mal so nebenbei. Aber ich bin gleich wieder dritter. Ups, oh. Nein! Ja! Mache best out of three, oder? Ach, Wimpelz. Wir machen noch eins, oder? Ja, genau. Also das Beste von drei, oder? Aber das zählt jetzt schon als gewonnen. So, für dich. Sollen wir den gleichen Kurs noch mal machen? Ja. Gleichen Kurs noch mal. Ja, und hier ein hammermäßiger Kickstart von mir. Ja. Ja. Ach, nee. Oh, na lieb vor mir. Oh, äh. Sind alle vor dir? Alle schließen. Ja. Ja, aber. Wenn ich jetzt irgendeine Schildkröte abbekomme, dann... Oh, ich hab der Turbo-Pilz. Sorry, jetzt. Und, und, und. Und, äh. Scheiße. Hier kommt der Rote. Uh. Danke schön. Schной mysteries. Promenade. Ah, nein, 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 nein. U what? Hast du das gesehen? Ja, grob und sportlich. Kann man M spells mit diesen Teil hintensey timesparen97. Oh, no,했. Hier drückt man einfach eine Geschwindigkeit. Aber habe ich auch dreimal. Und BÄM. Fuck. Ey, das ist wie bei Blur. Bei Autorennspielen bin ich einfach scheiße. Oh, ne, das ist ja nie. Das ist ein Autorennspiel. Ach so. Nicht die Bandplayer. Oh Gott, ist auch nicht. Wieder Platz drei. Nein, 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 nein. Und A2 möchte ich jemals feststellen. Aline, ich kämpfe um die hinteren Plätze. Ey, das war doch wie mit einer Bananenschale. Oh, wie ist Mario? Wie ist Mario? Wie ist Mario? Oh, Aline, gib Stoff. Oh, 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 oh. Guck, oh, oh, oh. Und die? Die lösen jetzt so wie ich will. Oh, oh! was Das könnt ihr noch schaffen. Das könnte ich noch schaffen. Das macht mich nicht so ausprägt. Das ist gemein. Was? Ich mach gar nichts. Jetzt war ich so unter Druck, jetzt schaff ich nicht mehr. Sag jetzt nicht gern mehr zwei, die meine Brunnen hatten. Moment, Moment, Moment. Ich kann es doch. Ja, 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 ja. Ich habe es doch geschafft. Wir wollten immer den ganzen Schlüssel, ganz knapp. Also das war jetzt eindeutig. Ich habe das Spiel gewonnen. Machen wir best out of five. Was heißt das? Das heißt, die nächsten drei muss ich eigentlich gewinnen. Also, setz Segelketten. Ne, ich denke mal, das war jetzt, ähm, ich glaube, das ist bei mir besser wird. Oder sollen wir auch Runde machen? Andere Strecke? Also, wir werden auch für eine normale Runde auf die gleiche Strecke. Also, ich muss unbedingt wissen. Ja, das muss wirklich. Also. Definitiv wissen. Jetzt. Jetzt bin ich motiviert. Nein, ich darf noch nichts sagen. Jetzt bin ich motiviert. Ich bin auch da ein Spiel so doof. Oh. 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 Haha. Auf Wiedersehen. Oh. Na toll. Juhu. Ja. Hm. Ja. Ich bin ein bisschen als ich, das rote Teil nicht erwischt. Das ist sehr anstrengend alles. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und Speed und, äh, wups. So, letzter Lappen und, ey, das ist so schlecht. Wir haben jetzt schon wieder entgegekommen. Und, ey, das ist so schlecht. Jawohl. Was der? Ja, 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 ich schaffe es noch. Ich schaffe es noch. Ich, äh, ha, ups. Perfekt vom Shift. Oh, ey. Yeah. Das war ja sehr knapp. Sehr knapp ist er. Eindeutig der dritte Platz dominiert. Egal, also im Best Auto Free habe ich jetzt halt verloren. Gut, damit geht jetzt, ähm, eine Runde an Aline. Ja. Im Best of, äh, Seven. Aber ich gehe nicht zum Veganer. Ey. Noch ist es nicht so weit. Wir haben noch ein paar Disziplinen vor uns. Und, äh, alles platt machen. Ja. In diesem Sinne, äh, danke fürs Zuschauen. Und mit meinen Kollegen von Devils Darling und Gosu werden wir jetzt noch ein paar unten Couchgaming machen. Und mal schauen, was wir da noch für euch zusammenfinden können. Und, äh, ja, Gratulation an der erste Platz. Wer war das? Und bis zur nächsten Folge Couchgaming Deluxe. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.